einen wunderschönen guten morgen wieder gar meine lieben freunde aber kommt zurück zu aus battlefront hallo so ok ich bin endlich stufe 8 ich habe eine fucking shotgun und ich bin heiß darauf sie auszuprobieren ich hab ein bisschen angst davon dass es nicht so klappen wie in den letzten folgen das irgendwie an mir ausdemonstriert wurde so zeig mal hände ich glaube ich mir deine blaster shotgun ist ausgerüstet partner start jetzt wieder auf 3 1 2 3 los ok verteidige alle kontrollpunkte ach so die runde startet übrigens immer mit einem mit einem von einer linie von einem orbital 2 ok alles klar ich kann mal in so einem schützenraum rum und guck mal dass ich leute nachkampf vollpumpen kann mit laser laser oder wie zurück in die schlacht nein der snowspeeder warum darf ich nicht warum darf ich nicht hier lang weil das eine art begrenzung ist muss diese verteidigungspunkte verteidigen warum darf ich also nicht den rebellen entgegen rennen in your face bitches orbital angriff ihr bastarde halt mann ich muss aber mit dem ding irgendwann nachkampf ist das für ein ding was du da zöpfende grille ja ist klar das gefühl der snowspeeder kommt ja oh cool annäherungsbombe warum nicht wir verlieren gleich einen kontrollpunkt an die rebellen komm mal ich komm da nicht aber warum ist das die kalt die drecksgeschütze warum kann man die nicht so drehen wo müssen welche lass mich in dieses geschützt 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 was war jetzt habe ich genug getrollen ich sage nicht mit dir heraus lauf 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 pass zurück in die schlacht du wasser go ninja go ninja ah irgendwie muss ich mich an die karre mal gewöhnen ehrlich gesagt ist das eine behinderte map für ja für die waffe ist es eine echt behinderte map die können wir nicht weiter vor wir müssen warten wenn wir die runde jetzt verteidigen dann also wenn wir noch drei minuten das ding verteidigen dann aber au jetzt dann haben wir echt gewonnen ja wow ach gut ich wäre schon allein aus da die rakete im anflug wow diese rolle hat es gebracht diese rolle like a boss die rolle ist aber echt gut um den scheiß raketen auszuweisen dann die hier die hat ich hab jemand scheiß blaster gleich gleich au da wollte ich gerade bei den starten schaden die 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 er wollte wirklich dann wird bei dir haben ich kann gerade voll klar bin hinter der leipenden mauer das haben wir haben wir truppen schild links da kommt einer da kommt einer durch den raum im plauder das geschützte das war voll die perfekte verteidigung der kütter war da springen leute durch die gegend ja komm her komm her, zeig dich, zeig dich, zeig dich, zeig dich ah kacke bist du überhaupt? ich rolle ja rum ah, ich seh dich rolle dich auf, rolle dich auf haha ich hab auch noch ein Truppenschild zu verschenken was? nein, 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 alter oh krass das ging schnell muha toll, alles klar das war jetzt voll die geile Runde, um meine Shotgun zu testen was ist denn das für einer? was für ein dummes Bild schreibt mir doch bitte mal in die Kommentare, aus welchem Spiel, wenn es eins gibt, der scheiß ist ey, was ist da denn los? alter ey Gott ich weiß nicht, bei Steam ist das geil, also meistens nicht so schlimm, aber Origin ey geht gar nicht ah, guck mal, das sieht doch besser aus hier ja wie wär's, wenn ich mir jetzt mal den Shotgun Blaster nähe oh, das könnte gut sein ich bleib bei meinem kleinen BB Blaster jetzt gerade ich hab so viel was da machen den BB Blaster das ist klar Wendepunkt sind wir immer noch, vielleicht hol ich meine andere Stalker bitte ich hab im Angebot was hast du im Angebot? Waffen äh du warst nicht was sehen, bei Wendepunkt KTST werden wir auch öfter gestresst, aber das bleib ich dann bei meinem Spiel wird gestartet, ich trete gleich bei na dann blende Granate wäre ich auch mal ne Idee hm ja komm war nie benutzt ich probier's einfach mal probieren wir mal was neust um Ich hab ein richtig schlechtes Gefühl ja ja BÄM Ich hab ein richtig schlechtes Gefühl WAW was? ach so cool probische Dings Granate da wow 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 jetzt in den baum gesetzt wieso kann ich mir wieder nicht ja ich hab sogar zwei ich hab sogar ein partner gerecht danke sehr dass du sein einen plauder habe ich sagt und durch umgebungsbombe da her ich komme mit dieser scheiß pumpe nicht nah genug an irgendwelche leute an orbital angriff bittes wo sind unsere und los ich habe baum getötet ich kann beide fällen mit der scheiß flinte weil wir die feuerrate erhöht kontrolpumpf gesichert kann mit dem ding echt nichts heißen was ist denn dahinten denn los alle auf einen auf und ein baumfeld was hast du da eigentlich auf die drei gepackt das war eine blendgranate naja vielleicht hab ich zu weit weggeworfen von dem effekt hab ich jetzt nicht viel gesehen ich krieg ja auch immer punkte wenn ich eingeblendet habe doch gegner geblendet ok ok gott alter ok das ging toll ich hab welche geblendet mich aber selbst auch mann ich komme nicht durch diese linien durch komm schon geh da hoch du vollidiot tat tat wurt double kill ich bin in mein schild reingefallen wenn wir hier ein bisschen oben herum aber wenn wir nicht in zwei minuten im scheiß punkt der oberthaben erst mal enden fällt mir gerade so auf ich fühle mich gerade wie auch so nach haupt ist der tippe ist an mir vorbei gerannt hat gar nicht mal gemerkt dass ich da war ok schön dumme leute wieder unterwegs da ist jetzt in den kontrollpunkt vor mir die um den ganzen baum ab alle gegner die mir begegnen wir brauchen den punkt oder ich tue allein erobern sind alle so weit weg ja ich habe ein kontrollpunkt hier werden geortet sehr schön ich habe neun kills hier oben gemacht die shop gerne ist geil alter ohne scheiß wenn jemand vor dir steht ist der tod dauer mhm das funktioniert man oh scheiße umgebungsbombe das funktioniert ich mache endlich mal kills glaube es hat ich habe ein äquivalentes killverhältnis ich wollte diese waffe so gerne haben und es funktioniert klasse zack und getötet bitch mein imploder wollte ich loswerden ok oh mein gott war das fail was denn da los alter ich bin auf eine beruhigungsbombe eine berührung bewegungsbombe gerannt und hab da bin erstmal instant gestorben komm ich liebe diesen anblasen ha 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 troppel kill wir nehmen ein kontrollpunkt den besitzt ich bin gerade gefunden ich freue mich Bruder zurück mal nein doch jetzt bist du wieder über mir ha 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 guten tag ja da ist er du rennst mir hinterher mit dem punkten weiß ich nicht doch ja du bist gerade bei 12 und ich auch achso hast du mit den punkten ja oder wir brauchen den nächsten kontrollpunkt scheiße alter fang fang diese scheiß granaten das wird zu sparen das wird zu sparen das wird richtig knapp mehr 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 Punkte boah ah fuck thermal detonator zack wir müssen den kack einnehmen wir müssen den kack einnehmen wir müssen den kack einnehmen ich komme her alter alter alle auf diesen scheiß Punkt hat da nicht einer einen Punkt gekriegt oh leck mich genau dann ist einer mir den Weg gesprungen nein ah scheiße nehmt den ein nein 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 scheiße vergesst nein schade wuh Beide 14 Kills 4 Verluste Ich sag doch, die Pumpe klappt Ich denke mal, das ging so schnell Da geht doch noch einer Wir sind auf 18 Minuten Wir machen hier Partender Aber hey Ich bin gar nicht so schlecht, wie ich dachte Das wurde jetzt die Serie immer besser Mit mehr Equipment geht da was Da geht was Früher habe ich eigentlich immer Ich habe immer lieber Killing Floor mit dir gespielt Also weil Aber jetzt kriegst du Ausrüstung So langsam Hast du mich mit dem Spiel wässrig gemacht Ja Ich habe Blut geleckt Wunderbar Dann machen wir einen Cut Ihr könnt immer gerne liken, abonnieren, kommentieren Und oder teilen Und wir sind raus für heute Tschüss